Hallo liebe Sperrburr-Freunde, wie ihr seht, ich freue mich richtig. Ich habe diese Woche meine Fäden rausbekommen. Und zwar war ich am Montag beim Onkel Doc in Mark Gröning. Er hat gesagt, es sieht soweit super aus, die Fäden können raus. Und das war, wie soll man sagen, eine kleine Lösung meiner Haut von den Fäden. Weil jedes Mal, wenn der Physio bei Lymphdrainage auch seitlich über die Haut gestrichen hat, habe ich gemerkt, dass einfach die Fäden bzw. die Naht an sich noch gezogen hat und gebrannt hat. Und das hat man auch gleich gemerkt, als ich dann abends wieder beim nächsten Termin war. Und es war einfach ein viel, viel angenehmeres Gefühl, die Fäden nicht mehr drinnen zu haben. Und so lief auch die Physio wieder viel, viel besser. Yes, so kann es weitergehen. Ich habe auch die letzten zwei Wochen zwischen der OP und zwischen dem zweiten Kontrolltermin auch stetig meine Übung gemacht. Und zwar durfte ich meinen Quadrizeps, die Vorderseite vom Oberschenkel, meinen Kniestrecker immer wieder beanspruchen, immer wieder anspannen. So, dass ich auch relativ zügig wieder in die endgeradige Streckung komme vom Knie. Das ist sehr, sehr wichtig, hat er mir erklärt. Weil wenn es nicht so ist, könnte es sein, dass man nochmal das Knie säubern müsste in einer zweiten Operation. Und das wäre natürlich nicht sinnführend, nicht sinnstiftend. Und deshalb habe ich mich da, ja, stets bemüht, mein Knie immer wieder zu strecken. Was heißt stets bemüht? Ich habe immer wieder meinen Oberschenkel angespannt, sodass ich auch in die maximale Streckung zügig wieder reinkomme. Und das sieht super aus. Er ist, wie gesagt, super zufrieden. Ja, seit Montag habe ich dann auch meine bewegliche Schiene bekommen. Ich darf endlich meinen Knie auch wieder etwas beugen. Auch beim Laufen mit den Krücken ist es auch da eine Erleichterung. Da merkt man mal erst richtig, wenn man mal zwei Wochen sein Knie nicht beugen durfte, was das wieder für ein tolles Gefühl ist, einfach, dass man das Knie wieder beugen darf. Es ist einfach, ja, diese Kleinigkeiten macht es dann aus. Diese kleinen Ziele, die man dann sich steckt und worauf man sich dann jedes Mal freut, wenn es wieder so einen kleinen Schritt, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt vorangeht. Also, ja, da läuft es auch sehr, sehr gut. Also insgesamt war der Onkel-Doc sehr zufrieden mit meinem Knie, mit der Streckung, mit der Beugung, mit der Naht. Darum bin ich auch super zufrieden. Es gibt mir auch Energie, es gibt mir auch Kraft, so weiterzumachen, wie bisher. Da freue ich mich auch schon drauf. Nächste Woche ist es auf die Wassergymnastik, auf das Aquajogging. Ich mache es erst mal mit dem Aquajogging und ich bin gespannt, wie es wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danach ging es zu Authema und habe dort meine bewegliche Schiene abgeholt. Die besteht auch unter anderem aus Plastik. Die wurde erwärmt und danach an mein Bein und mein Knie angeschmiegt, sodass es dann ideal passt. Das wäre dann mit vier Klettverschlüssen festgemacht am Bein. Irgendwann in den nächsten paar Wochen, wenn ich sie nicht mehr brauche und ich sie zurückgeben kann, dann wird die wiederverwertet. Was ich ziemlich cool finde. Also dieses Material kann man gerade wieder erhitzen, wieder warm machen. Und sodass der Nächste, nachdem es natürlich auch medizinisch und hygienisch gereinigt wurde, nach dem Nächsten weitergeben, der auch ein Aktivproblem leidet. Von daher finde ich auch, das ist eine coole Sache, dass diese am Schiene auch wieder benutzt wird. Wie gesagt, ich bin super happy, wie es diese Woche lief. Auch beim Physio ging es auch wieder bergauf. Er hat mir weitere Übungen gezeigt, die ich machen darf. Nicht nur für die Streckung, sondern auch für die Beugung. Da muss man natürlich auch die Muskulatur wieder aktivieren. Die Muskulatur muss wieder merken, wie sie arbeitet, beziehungsweise wie sie momentan arbeiten kann. Aber das ging auch schon von Tag zu Tag viel, viel besser. Ja, wie ihr hört, ich bin einfach super happy, dass es alles so klappt, dass ich meinen roten Faden gefunden habe. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Mehr Bewegung ins Knie, Aquajogging. Und dann werde ich auch da mit einem Sporttherapeuten zusammensitzen, mit dem ich dann die nächsten Schritte, den weiteren Fahrplan, dann mit ihm bespreche. Und von daher, ja, ich hoffe, es geht so weiter. So, ich klebe mir jetzt noch ein paar Elektronen auf den Oberschenkel und setze mich noch ein bisschen unter Strom. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und kommentiert gerne. Lasst ein Abo da und wenn ihr wollt, drückt die Glocke. Seid immer up to date, wenn was Neues passiert hier auf meinem Kanal. Und bis nächste Woche, wir sehen uns. Macht's gut, ciao, ciao.